Yo Leute, dieses Video hier ist vor 8 Monaten entstanden. Also wundert euch nicht, weshalb Professor Nase, Lars und ich in diesem Video keine Masken tragen. Wir möchten nämlich gemeinsam mit einer Kooperation, gemeinsam mit Roche und Chugai, über eine Krankheit aufklären namens Hämophilie A. Hämophilie A ist eine Bluterkrankung, wo tatsächlich die Blutgerinnung gestört ist. Das bedeutet so viel, dass diese Leute, die diese Krankheit haben, sich Angst haben zu verletzen. Denn eine Verletzung führt tatsächlich zu stärkeren Blutungen. Das bedeutet also auch, dass Leute, die diese Krankheit haben, sich eher zu Hause verstecken. Und gemeinsam möchten wir mit der Kooperation Hashtag Pack dich nicht in Watte dafür sorgen, dass wir über Therapiemöglichkeiten über diese Krankheit aufklären wollen. Das heißt also, falls ihr euch mehr über Hashtag Pack dich nicht in Watte informieren wollt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung reinsehen und gerne dieses Video genießen. Wir hoffen, es gefällt euch. Haut rein Leute, viel Spaß! Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, ich sehe dich, ich sehe dich. Lars, das ist das Düppste, was es überhaupt gibt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lars, bist du dumm. Ja, wenn es doch so einfach ist, dann krieg ich doch. Ja, ich hab dich doch auch gleich schon. Oh, du schwimmst nicht, ich hab dich. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Du weißt nicht, mit wem du dich hier angelegt hast. Komm schon. Das ist das Düppste Spiel überhaupt. Du kannst doch nicht immer Funk spielen. Junge! Nein! Jetzt, 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 jetzt! Nein, das geht nicht. Ah, ah! Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Ha, ha, ha! Lars? Lars? Alter, wer hat grad die Tür zum gemacht? Der ist nicht mehr da. Der hat sich ausgelockt. Ich muss ihn fangen. Ich muss ihn, ich muss ihn fangen. Oh mein Gott, mein Gott, was. Okay, weißt du was? Wir fahren jetzt zu Lars. Wir machen das einfach. Wir fahren, wir fahren zu Lars. Nobby? Als der wieder wach ist, bin ich wieder da. Okay, wir gehen los, komm. Wir müssen den Typen kriegen, Alter. Wir fahren jetzt schon so ein bisschen. Und wir sind schon bald da. Warte mal, ich hab grad ne Nachricht bekommen. Ich fahr hier kurz rechts ran. Junge, der ist am Flughafen. Der fliegt nach Dubai. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Da. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Lars, ich komme! Super! Das ist Dubai. 14.30. Dieses Ding, das ist dieselbe nur. Lars nimmt diesen Flug hier. Okay, los geht's. Komm jetzt. Okay, jetzt muss er hier unten wo eigentlich sein. Wir sitzen im selben Flugzeug. Zumindest müssen wir es nur noch finden. Wir werden den Ding im Leben finden. Okay, ich bin in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Wir werden hier gelandet. Wir sind da, wir sind da, aber ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn im Flugzeug nicht gefunden. Wie kann es denn sein, wir saßen im selben Flugzeug und ich habe Lars aber nicht gesehen. Jetzt ist das Problem, dass der irgendwo hier draußen ist, der könnte überall sein, ich habe gar keine Ahnung, der hat mir geschrieben. Der ist bei diesem Burj Khalifa, schau mal, der ist da unten, da unten irgendwo. Das ist wirklich mausend. Der muss doch irgendwo hier gewesen sein, genau hier ist das Foto entstanden. Aber wo ist der denn jetzt? Das sieht aus wie ein Trampolinland, wo ist das? Oh man! Das sieht aus wie ein Trampolinland. Ich habe ihn verloren, es war nicht möglich den einzuholen, der ist einfach weggerannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Typen fangen soll, das geht irgendwie nicht. Dabei ist der so, so langsam. Der ist bei einem Pinguin in der Nähe. Wo hat der denn hier einen Pinguin gefunden? Der ist glaube ich in einer Schneewüste und die muss ich jetzt schnell finden. Oh nein! Ich glaube hier ist das. Das hier ist Ski Dubai. Der einzige Ort, wo es Schnee gibt in Dubai. Weil wir sind in der Wüste und hier gibt's Schnee. Und er muss irgendwo da drin sein, deswegen lass da reingehen. Und die cursed North were auf die versch fails. Weille Anniets an. Vai ! Eine Route in Dubai. Das Teenẫu ruhige Garnet. I, dass die Geschäftschaft betrunken欸 Wirt. Es war nicht. Untertitelung. BR 2018 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 Oh mein Gott. Professor Nase. Okay, wir fahren los, Bruder. Oh, okay. Oh, kack, hier geht's nicht mehr weiter, hier geht's nicht mehr weiter, hier geht's nicht mehr weiter. Okay, 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 okay. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich muss hier weg. Du bist, fangen, fangen. Du bist, fangen, fangen. Wollen wir jetzt wieder nach Hause gehen? Auf geht's. Ich, 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 ich Vielen Dank.